Ja hallo, ich bin Sandra. Wir sind hier in meinem Brautmodengeschäft im Yordra's Bridal Store im Bergisch Gladbach und hier findet die Braut alles, was ihr Herz begehrt. Im Yordra's Bridal Store gibt es ganz viele verschiedene Brautkleider, von schlicht bis hin zur großen Prinzessin. Es gibt natürlich auch Accessoires für die Braut, wie Schleier und Taschen, Haarschmuck, Schuhe, alles was man so braucht, um ein komplettes wunderschönes Outfit zu haben. Das Besondere an meinem Laden ist, dass ich den Laden ganz exklusiv nur für dich und deine Begleitung öffne. So haben wir hier ganz viel Ruhe und Zeit und ich bin ganz für dich da und wir können gemeinsam dein Traumkleid finden. Du kommst mit bis zu drei Begleitpersonen zu mir in den Laden und wir setzen uns erstmal zusammen, gucken und besprechen, wie stellst du dir dein Traumkleid vor. Dann dürft ihr alle zusammen euch in die Kleider begeben und die Kleider aussuchen. Und wenn wir dann die Kleider ausgesucht haben, ziehen wir die Kleider an, so lange bis du dein Traumkleid gefunden hast. Ich liebe diesen Beruf, weil dieses Glück mit zu empfinden, wenn du dein Kleid gefunden hast, das ist einfach das Schönste für mich.